Meine Damen und Herren, die Debatte zur Lage der Union findet heute zum fünften Mal im Europäischen Parlament statt. Wir müssen Menschen helfen, die an unserer Außengrenze anklopfen. Wir müssen Hilfe garantieren. Manche Menschen auf der Kälte dieser Kälte versuchen, die ökonomische Migranten mit Flüchtlinge zu verbinden. Manche Menschen sagen, es ist nicht das gleiche. Flüchtlinge sind ökonomische Migranten. Wir wissen es. Aber man kann es nur lösen, wenn man dann ein legales Migrationssystem hat, ein Blu-Card, nicht ein 28-System, wie wir heute in Europa haben. Wir wollen das Klonen grundsätzlich verbieten, denn Klonen ist Tierquälerei. Voi, heute, können Sie heute wählen, wenn Sie die Kinder in Zukunft haben und wenn Sie die Kinder werden, die wenige Unternehmen in der Kälte dieser Kälte werden. Wir sollten niemals eine Technologie aus der Hand nehmen. Die Menschen, die Frauen, die Kinder haben alle Drogen. Und diese müssen in der Europäischen Union und in anderen Ländern sein. Mein Herz fühlt sich mit Frieden, wenn ich die Bürger in der Europäischen Union sehe, alle Drogen in der Europäischen Union zurückkehren. Die Stabilisierung der Nord-Afrika ist wichtig. Die Aktion in Libyen, die all die Diskussion über Syrien ist. Das sind Nationen, nicht Nationen. Das sind Staten, nicht Staten. Das ist die Nationale Grenze und stop mit gratis Geld für die 100.000 Glückwunsch, während 120 Millionen EU-bürgern in Armoe leben. Das ist das Ergebnis ihrer Krieg. Das ist das Ergebnis der Krieg von Irak und Afghanistan. Das hat Libyen bombardiert und das mit der Finanzierung und der Krieg in Syrien geholfen. Das ist das Ergebnis der Krieg von Irak und Afghanistan. Untertitelung des ZDF, 2020